Hey meine Lieben, es gibt natürlich mal wieder Neuigkeiten zu dem ganzen Skandal, der um das Dschungelcamp herum gebaut ist. Und das schauen wir uns jetzt mal wieder an. So, heute jetzt in den Gossip News schauen wir uns nochmal ganz genau an. Um was es hier jetzt schon wieder geht. Und zwar erstmal möchte ich kurz darauf eingehen, dass sich Daniela Katzenberger jetzt zu Wort gemeldet hat. Und das auch jetzt nicht unbedingt so super nice, sondern mit einem sehr süffisanten Spruch. Und das schauen wir uns auch mal hier direkt an. Hier ist also auch nochmal ein Artikel auf der Bild-Zeitung drauf. Sie postete nämlich folgendes. Und merke, oft sind Leute, die auf den ersten Blick ein A...loch sind, auch auf den zweiten Blick ein... In diesem Sinne, gute Nacht, ja. Ist es jetzt auf Chi-Chi bezogen? Oder auf wen ist es bezogen? Ich meine, Chi-Chi, klar, hat es seine Emotionen auch nicht so ganz im Griff gehabt. Ja, aber letzten Endes hat halt Lukas wieder komplett abgelost bei dieser Prüfung. Und sich danach eben auch noch versucht als Opfer darzustellen, was halt wirklich nicht gut war. Also es war einfach scheiße, sagen wir es mal so. So, und nein, ich muss Lukas nicht verteidigen. Denn jeder, der mich hier bei Instagram verfolgt oder regelmäßig unsere Sendung schaut, weiß, dass Lukas weder ein asoziales Mh ist, noch respektlos, noch unhöflich. Er steht mit beiden Beinen im Leben, ist Vater und einer der liebsten Menschen, die ich kenne. Wäre das nicht, so wären wir nicht zusammen. Ende der Durchsage. So, ich habe aber auch einen Screenshot bekommen, wo sich Daniela ganz unflätig geäußert hat, in irgendeinem Kommentar. Und das ist natürlich auch nicht so super nice. Und ja, dann kam die große Ankündigung, das war auch schon in der Sendung drin, dass Iris tatsächlich Mallorca verlassen möchte und wieder in die Pfalz gehen will. Man muss jetzt auch dazu sagen, sie hat sich ja jetzt nicht unbedingt so viele Freunde gemacht auf Mallorca. Vielleicht auch ein ganz guter Schritt. So viel ich weiß, haben sie ja auch versucht, ihr Haus in Ockersheim zu verkaufen. Das weiß ich nicht, was da der Stand der Dinge ist. Kann ja sein, dass die Immobilie auch noch da ist. Und dann hätte sie da ja auch im Prinzip relativ einfach einen Umzug. Letzten Endes bin ich schon der Meinung persönlich, dass es sehr, sehr, sehr übertrieben ist, was da passiert ist. Und vor allen Dingen, wie sich jetzt auch einfach alle Beteiligten verhalten. Also ob das jetzt auch eine Yvonne Wölke ist oder eine Iris, noch der ganze Clan da dahinter. Es ist echt eine ganz schlechte Soap-Comedy. Hier bei Promis und mehr ist jetzt ein Artikel drauf. Link ist natürlich auch wieder unten drin. Und wir gehen jetzt einfach mal durch. So, und zwar, auf jeden Fall verrät am Samstagmorgen Daniela auf Instagram, dass sie im Gästezimmer bei ihrer Mutter wohnt. Oh Gott, ich bin so voll verpennt. Ich war zweimal heute Nacht wach wegen Baby Damien. Meine Schwester schläft direkt gegenüber. Wir sind alle im Haus meiner Mutter. Sie habe mit Töchterchen Sophia in einem Zimmer und einem Bett geschlafen. Ihre Schwester Jenny Frankhausen mit Damien und Steffen König in einem anderen Zimmer, erzählt Daniela. Und heute ist ja schon Samstag und das heißt, ab morgen ist der ganze Hm vorbei mit dem Dschungelcamp. Und am Dienstag oder Mittwoch ist der Lukas wieder da. Ich kann ihn ja nicht anrufen, aber der wird sich melden, Sophia raus ist. Jetzt gab es das hier. Jetzt haut nämlich die Yvonne Wölke auf den Tisch. Ich kann natürlich, bevor wir da drauf eingehen, auch durchaus verstehen, wenn man nichts gemacht hat, dass man dann, wenn man dann angegriffen wird, dass das natürlich auch einen dazu verleitet, hier Überreaktionen zu machen. Und sie wird wohl auch von den ganzen anderen Begleitern und von den Stars, die jetzt aus dem Dschungelcamp ausgezogen sind, ein Stück weit gemieden. Denn die sind natürlich jetzt auch mit der Geschichte alle upgedatet worden. Und dennoch, irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr es seht. Vielleicht schreibt ihr mir es jetzt mal bitte in die Kommentare rein. Ich habe, egal wie das jetzt steht zwischen Iris Klein und mir, muss ich sagen, wirklich nie diesen Eindruck gehabt, dass es in dieser Partnerschaft irgendein gravierendes Problem gegeben hätte. Also ich fand, die haben Peter und Iris sehr gut zueinander gepasst. Und ich glaube auch, dass der Peter ein sehr loyaler Typ ist. Also es würde mich, sollte jetzt wirklich rauskommen, dass es diese Affäre gab, wäre ich recht geschockt über Peters Verhalten, muss ich sagen. Weil das, irgendwie, ich traue es ihm nicht zu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, traut ihr ihm das zu? Und vor allen Dingen, was hätte jetzt eine Yvonne Wölke denn auch da davon? Die hat ja letzten Endes gar nichts davon, aber wie sie sich jetzt, sie provoziert jetzt in ihren Storys und so weiter immer mehr. Das stellt sie natürlich auch in ein schlechteres Licht. So wie jetzt eben, was wir hier auf diesem Foto sehen, ja. Und dann schreibt sie halt auch kryptische Dinge, ja. So, ich hatte einen schönen Tag gehabt und der Abend wird noch viel schöner. Ich habe nämlich beschlossen, die letzten Tage in Australien zu genießen. Ihr gutes Recht. Mit wem, bleibt mein Geheimnis. Was wir machen, bleibt mein Geheimnis. So, und damit tut sie jetzt ja natürlich dieses Gerücht dieser Affäre extrem anheizen. Was natürlich zu Verletzungen auch auf Seiten von Iris und der ganzen Familie führt. Weil, ihr wisst ja sowieso alles besser und habt sowieso eure Meinung. Letztendlich könnt ihr mir schreiben, was ihr wollt. Ihr könnt Hate-Nachrichten schreiben, Bedrohungen, Morddrohungen schicken. Ist mir alles egal. Beleidigt mich nur von vorne bis hinten. Ich mache jetzt sowieso mein Ding und letztendlich kennt ihr ja den Spruch, was in Australien ist, bleibt in Australien. Den Spruch kannte ich jetzt noch nicht. Es gibt zwei Leute, die die Wahrheit wissen und ihr wollt urteilen und mitsprechen, was die Wahrheit ist. Wer gibt euch eigentlich das Recht, mir Hass-Nachrichten zu schicken? Das finde ich ja auch nicht gut, ja. Iris hat wohl auch Hass-Nachrichten bekommen. Das ist alles nicht der richtige Weg, Leute, ne. Ihr, hm, auf mein Leben und ich, hm, auf euer Leben. Und deshalb genieße ich noch die Tage in Australien und sage meinen Hatern, leb wohl. Ja, dazu zeigt sie den Mittelfinger, ne. Wie wird diese Reaktion wohl sein, wenn wirklich Lukas da jetzt rauskommt? Da bin ich echt gespannt. Also ich glaube, für den wird erstmal eine Welt zusammenbrechen. Und ich glaube auch, dass der Peter und der Lukas so eine gute Männerfreundschaft entwickelt haben, die wirklich auch so auf Loyalität basiert. Ich weiß nicht, wie Iris in diesen sich da reingesteigt hat. Vielleicht rudert sie da auch nochmal ein Stück weit zurück. Es wäre fast wünschenswert, ja. Also, aber für sie scheint das Thema mit dem Peter ja erledigt zu sein. Und dann muss ja dem auch irgendwie mal ein Vertrauensbruch oder irgendetwas vorausgegangen sein. Denn einfach so macht man das ja nicht. Aber es ist schon erstaunlich, dass es immer wieder die Frau Klein schafft, drumherum um das Dschungelcamp Geschichten zu bauen, die sie in den Mittelpunkt rücken. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Vor allen Dingen eben im Verlauf der nächsten Woche, wenn dann beide wieder heimkehren. Und ich glaube, da werden wir dann relativ viele Updates dazu bekommen. Das war der Stand heute für euch und freue mich auf eure Meinungen. Bis dahin. Ciao.